Willkommen zu Let's Play Mark of the Ninja. Es ist ein kleines Stealth Game und ich will mal reinschauen, wie es so ist. Ich habe es mal vor einigen Monaten, vielleicht sogar anderthalb, zwei Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, wann es rauskam, mal gespielt und das war es dann auch. Okay, ich habe drei Level gemacht. Hä? Wieso habe ich? Ach du Scheine, was geht denn hier ab? Okay, ich habe. Was ist das? Hey, you. Don't you hear the bell? I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. We got the one that ran away, sir. They should all be killed or captured now. Excellent. Stand down and get ready to leave at 15. Wait. Where's your sword? Stick to the darkness until you find one. Okay. Watch out. They're coming this way. Okay. Keep moving. More of them. Find a place to hide. Hold up. Run. And they'll be able to hear it. Hmm. Did you see those banners? We could totally sell them to a gallery. And the blood will make them look even more authentic. Get under that ledge. From there you can pull yourself up. Ah, Kletterhaken. Right button. Und hoch. Okay, das hat irgendeinen Bonus gegeben. Hmm? Would you hurry up? This place is giving me the creeps. Good thing you were out cold. Looks like they don't know you're alive. Let's keep it that way. Now you're ready to kill. The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. Good work. But remember, you have to be quick to catch them. Okay, das ist alles in Ordnung gewesen. Mit Speicherpunkt. Okay. Pfeiler. Normale Pfeiler aus Bambus. Gut geeignet zum Zerbrechen von Dingen und Ablenken von Personen. Pfeinde können sie aber, können sie aber nichts annahmen. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. Wow. If you need more cover, you could always destroy them. The lights. But shattering will make a loud noise. So be ready for them to react. Huh? Nee, den kann ich leider nicht verstecken. What are you doing? We're going to walk right up and say hi. Grapple into that tree and we can swing over them. Und weiter runter. Nee, den sollte ich nicht hauen. Ein bisschen. älber. Gleich Trackowskrab. 氟 Nein? Ja. Bö Einen синinsin. 2 Nee. 2 1 between 1 Dawn Arbeit. DOT 2 1 1 Oh, da stand noch was. Ich verstecke lieber die Leichen. Bevor hier gleich einer reinkommt. Auch wenn es die Tutorial-Mission ist. Wir brauchen ihn den anderen Weg zu sehen. Was ist das Geräusch? Hmm. Okay, da kann man überhaupt nicht hoch. Nein! Unvollendeter Mord, verdammt. Es war nicht das, was ich erreichen wollte. Ich schau dir die Karte an. Okay, von da aus. Muss ich noch bis dahin? Okay. Soll ich das. Soll. They caught us by surprise. This is the end. Soll ich das, was ich? Soll ich das. Soll ich das. Soll ich das. Soll ich das? Soll ich das? Da ist ein Feind. Die Leiche verstecke ich noch. Okay, dadurch hat er mich entdeckt. Eigentlich wollte ich ohne entdecken. Ich habe das bestimmt gehört. Was ist das? Was ist das? Ich bin sicher, dass nichts hier ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott, beide direkt nebeneinander. Okay, Mission gescheitert. Verdammt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Ich habe etwas gehört. Oh Du hast die falschen Leute gewollt, Sensei. Es ist Zeit für den alten Mann zu retten, Leute. Eins. Zwei. Unsere Feind haben uns gefunden. Wir müssen zurückgehen. Wir werden für unsere Überleben. Und für unsere Ehre. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Und so... Ich habe einen Champion für uns zu kämpfen. Er hat die erste Mark bekommen. Er wird die Klan zu schützen. Er hat die Klan zu schützen. Kasselicher Abgrund. Erstmal die Exekutionen erleben. Gern. Ist es wirklich fertig? Usse die Spannungstechniken, die ich dir zeigte. Sie werden die Schmerzen. Lass ich dir die Geschichte des Ing. Und den Championen, die vor dir kamen. Vor der Restoration. Als die anderen Klan strayen und verbreiteten. Ein Merchant schlief uns ein Geheimnis. Er führt uns zu einer flower, whose petals burnen mit Toxin. Und sie werden die Schmerzen. Und du wirst du wirst. Und du wirst. Und du wirst. 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 Sie haben alle mit einem einfachen Bamboo-Dart. Die Haupttransformer solltet ihr nearby sein. Verstöre das, und ihr bringt alle die Lichter. Für die Zeit. Die Alarm switch auf, wenn der Guard nach dem Weg geht. Oder wenn er nach dem Weg geht. Okay. Zack. Okay, hier muss ich nicht lang. Okay. 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 Das war, glaube ich, keine gute Idee von mir. Das war nicht so toll. Okay. 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 Hier ist ein Visional in front of me. Something's got you. Hey, there he is. Stop the fire. Wooh. Where is he? There's nothing here. No sign of target over here. I thought I heard an alarm. Remember, you're trying to avoid detection. God. There's bodies everywhere. Just hang on until we can get the power fixed. Okay. Remember, if a guard is blocking your way. You can try to distract him. Hey, what was that noise? Let's go. 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 Stay alert. A man in black rags was spotted on the ground. fission. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Was ist das? Brütsi! Hmm. Was ist, wenn ich den hier hinpacke? Wow. Geschafft. Muss ich nur noch irgendwie da oben hinkommen. Oh! 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 Ich will es nicht machen. Das ist Herr Toshi. Ich kann ihn nicht auf dem Radio bringen. Die Blackout funktioniert. Während die Guards füllen über das, können wir direkt bei ihnen gehen. Wie komme ich jetzt hier weiter? Wie komme ich jetzt hier? Weiter nach oben. Man down. He's gone. He's gone. He's gone. He's gone. He's gone. Ich wurde gar nicht entdeckt. Das ist nicht so nach oben, oder? Es gibt nichts hier. Die Power für 16 ist zurück. Was ist das Geräusch? Doppel! Www, ww, ww. Hey! Ich bin absolut scheiße in diesen Spielen. Kacke! Go check that out, will ya? Hey! Target sighted! Don't let him get away! Uh, 18th floor. Power's almost back on. Come, weiter hoch. Da wurde ich jetzt rein? You're almost at the roof. Something's in that bed. I heard it from right here. Verdammt! Verdammt! Turning the power back on for 19. Hey! I think someone's down. Hey! Target's been positively ID'd. I think someone's down. I think someone's behind you is at all. What was the difference? Turning the power back on for 19. Hey! There he is. Hey! 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 See you later! Hey! 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 Unlockt! Linten der Shuriken. Er reflektiert die Angst in die Augen. Wo ist er? Auf Tetsuji's Bray. Es ist offen. Wie gesagt, ich bin in solchen Spielen absolut scheiße. Wir haben es in das Komplex. Diesen Weg. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Das waren die ersten beiden Level von Mark of the Ninja. Irgendwie bin ich total bescheiden da drin. Wenn ihr jedoch mehr davon sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr mittlerweile. Wenn es euch trotzdem gefallen hat oder auch nicht, wie auch immer. Auch mal eine Bewertung da lassen. Ansonsten teilt es mit den Leuten, die vielleicht Spaß daran hätten, das anzugucken und so weiter. Schaut auch in meine anderen Videos rein. Ich werde jetzt demnächst öfter wieder was machen. Beziehungsweise andere Spiele. Ich habe jetzt ein Spiel durch Ori and the Blind Forest. Und die nächsten werde ich mal schauen, ob es das hier wird. Oder an anderes. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Mit eurem Kersat. Wir machen weiter bitte weiter. Nach childhood, es werden ja immer hart.